hallo freunde auf meinen heutigen pirschgang begegnete ich ein rehbock der friedlich auf der wiese seine esung vornahm eigentlich wollte ich mich noch ein bisschen näher ranpirschen aber dann kamen dort plötzlich noch zwei akteure auf den plan und die machten ganz schön radau naja genug erzählt viel spaß beim anschauen und down nach oben und abo wären toll bis dann euer tierfilmer von der müritz frank gottsmann so 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 Das war's. Diese beiden Schreihälse haben mir den Reeperquellen. Die Yacht. Mann, Mann. Verstehen Sie da? Verstehen Sie da? Verstehen Sie da? Verstehen Sie da?